Hallo, Johanna. Hi, Max. Oh, jetzt haben wir gerade Mathe bei Frau Stüber. Oh ja, stimmt. Mir ist aber vorhin eigentlich noch etwas eingefallen. Ich habe mir so überlegt, wie das eigentlich so war. Vor so einem halben Jahr sind wir ja hier reingelaufen. Ich fand das irgendwie ganz schön groß. Wie war das bei dir? Es war riesig, aber nach einer Weile haben wir mich schon ganz gut zurechtgefunden. Manchmal kann man auch Lehrer fragen. Die wissen immer, wo es ist. Also wir sind jetzt in unserem Klassenzimmer angekommen und wir befragen jetzt unsere Mitschüler. Was ist eigentlich so dein Lieblingsfach an der Schule? Also mein Lieblingsfach ist Sport, weil man gerade auch in der fünften Klasse richtig viele verschiedene Sachen macht. Und das finde ich richtig cool. Also eigentlich Sport. Es war schon immer so mein Lieblingsfach, aber hier gibt es halt auch echt coole Lehrer. Also mein Lieblingsfach ist gerade zur Zeit Ethik, weil ich finde es ein bisschen spannend. Und ich finde es auch toll, weil da ist man auch mit anderen Menschen zusammen. Und die lernt man ja auch kennen. Was ist dein Lieblingsfach an unserer Schule? Mein Lieblingsfach ist BNT, weil man da coole Experimente machen kann. Bis zum nächsten Mal. Was ist dein Lieblingsfach an der Schule? Beschreib mal mit drei Worten das RNG. Groß, cool und toll. Groß, cool und mit der Lehrer. Beschreib mal mit drei Worten also das RNG. Also spannend, erlebnisreich und groß würde ich sagen. Super tolle Schule. Wie waren deine ersten Tage am RNG? Also ich habe mich erst ein bisschen verlaufen und wusste auch noch nicht genau, wo unser Musikraum ist. Aber nach ein paar Tagen habe ich mich dann orientiert. Also meine ersten Tage, da war es ein bisschen verwirrend, weil ich habe mich noch nicht ganz zurechtgefunden. Aber es war auch echt schön, weil man hat sehr viele neue Leute kennengelernt. Also ziemlich gut, weil ich habe mich schnell zurechtgefunden und auch ziemlich schnell einen Freund gefunden. Wo bist du am RNG am liebsten? Im Spindraum, gerne mit meinen Freunden und Freunden, in der Pause gerne. Ich mag gerne die Cafeteria, also das Schülercafé und die Mediathek. Was ist deine Lieblingsveranstaltung hier am RNG? Also ich finde die Faschingsparty ganz cool, weil da gibt es Spiele für uns und da läuft Musik und ja. Also meine Lieblingsveranstaltung ist der Weihnachtsmarkt, weil da kann jede Klasse einen eigenen Stand machen und da Sachen an die Eltern verkaufen. Was ist deine Lieblingsveranstaltung hier am RNG? Meine Lieblingsveranstaltung ist der Webstag, weil man konnte Skifahren, Schlittschuhlaufen, Wandern und Baden gehen. So, jetzt gehen wir mal in die Mediathek. Also hier in der Mediathek kann man an den Computern arbeiten, wenn man noch was für die Schule zu tun hat. Hi, was macht ihr hier? Wir machen gerade französische Schausaufgaben. Und was macht ihr hier so? Wir spielen gerade Uno. Was macht ihr hier so? Wir spielen Schach, weil wir auf den Bus warten. Hi, und was macht ihr so? Wir lesen gleich Tagebuch aus der Mediathek. Was machst du hier so? Ich schmücke hier in den Büchern und überlege mir, ob ich das Buch ausleihe, weil ich finde es richtig cool, dass man hier in der Schulmediathek es einfach kostenlos ausleihen kann und lesen. So, jetzt kommen wir ins Schülercafé. So, jetzt kommen wir in die Videoboot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017